Ja, genau. Ich hasse die Hitbox in Mario Bros. 3. Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Runde Super Mario Maker 2 One Level Per Day. Spikeball Challenge von Lagerhaus. 8,60% Abschlussrate. Kenne ich gar nicht von dem Lagerhaus. Das ist etwas über 1%. Okay, gut, egal. Weiter geht's. 21 erfolgreiche von 244 Versuchen. 64 Leute haben sich dran probiert. 16 hat es bekommen, 21 haben es geschafft. Der Weltrekord liegt bei 3 Minuten und 26. Es ist ein Lagerhaus-Level und ich weiß, wie seine Level sind. Von dem her nicht wundern, dass ich jetzt hier wirklich meinen Timer anmache, weil es trotz alledem über 5% sind. Danke. Ja, nee, ist klar, ne? Komm. Wow. Nicht wirklich, oder? Komm und schön zurück und durch da. Und durch da. Und zurück. Hui. Geschafft. Checkpoint. Ach komm, du kannst doch jedenfalls ein Checkpoint geben. Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Junge. Junge. Zum Glück weiß ich, was hier zu tun ist, aber trotzdem. Das ist jetzt ernsthaft mit Manschan auch noch. Komm schon. Das meint er jetzt nicht ernst. Na, das meint er ernst. Es ist doch für irgendwer. Wenn er gegen die Manschan gehen geht. Wow, 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 wow. Nein. Komm, Junge. Ja, genau. Ich hasse die Hitboxen in Mario Bros. 3. Die sind sowas für'n Arsch. Ernsthaft? Hitboxen von mancher waren schon immer für'n Hintern und werden auch immer für'n Hintern sein bei Mario. Ach, komm. Ne, der muss nochmal zurück. Komm durch. Einmal zurück und wieder hin. Dann mal zurück und wieder hin. Moment, den mach ich schon mal gleich richtig hier. Das geht ja mal gar nicht. Pixel. Alter. So, einmal hin und wieder zurück kommen. Und durch da. Das meine ich mit den Hitboxen. Die sind so voll für'n Hintern hier. Komm durch. Durch, 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 durch. Hä? Komm. Das ist scheiße, ne? Hey, wie weit muss man denn da stehen? Komm und durch. Danke. 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 Ich hab' den letzten verfehlt. Komm zurück, kommt zurück. Und kommt da durch. Danke. Komm. Komm. Danke. Danke. So, jetzt das Ganze hier mit diesen blöden Mannschaften-Zeugs. Wo ich es ja schon richtig hatte. Ich mich halt nur nicht traue. Alter, wie schaffst du es denn, den Bogen zu fliegen, du Drecksding? Ich glaub's nicht. Danke. Checkpoint. Oh yeah. Okay. Ja ne, ist klar. Oh nein. Ich muss sie auch noch mitnehmen. Ich muss sie auch noch mitnehmen, ich glaub's nicht. Unmöglich, ey. Unmöglich. Kommunikation, Junge. Kommunikation. Äh. Jetzt sagt mir nicht, ich kann ihn hier hochschlagen. Das ist mal heftig. Alter, da braucht man ja echt ne... Engelsgeduld. Alter. Wie soll denn da der Sprung gehen? Der Sprung ist echt heftig. Danke. Danke. So, und jetzt. Nee, komm. Okay, der bewegt sich jetzt nach rechts. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. 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 Äh, warum hat er denn den jetzt nicht gemacht? Das... Das ist beschiss. Aber sowas von. Das war definitiv Betrug. Und jetzt kommt wieder die Ecke hier, ne? Ja. Äh, ich hätte gerne mein... Blatt wieder. Mhm. Genau. Egal. Durch ist durch. Okay. 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 Ich glaube, den nächsten, den schnall ich nicht. Der ist echt ein bisschen kompliziert gemacht. Weil die Ranken kommen halt nicht so schnell raus, wie der Ball da weiterspringt. Das ist das, was mich jetzt halt da an der Stelle extrem stört. Das andere, wie gesagt, das war so eine nervige Sache. Aber okay. Danke. So. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der wirklich, wie gesagt, am komischsten ist. Hm. Ich muss jetzt hier eigentlich nur warten. Und Glück haben. Äh. Muss ich dazu jetzt irgendwas sagen? Softlock. Oder? Nee, da ist kein Softlock. Also da musst du wirklich an der Stelle echt nochmal überarbeiten. Das ist, äh... Das passt nicht. Weil wenn das wirklich so... Ja, ich sag jetzt mal doofer Zufall ist. Weil du kannst es ja nicht wirklich beeinflussen, wie der Ball gerade fliegt, in welche Richtung. Und die Klaue... Ist das echt scheiße. Das heißt, du hast so ein Glücksspiel und dann kommen die Dinger halt nicht mehr raus, ne? Die Trampoline. Oder die Pau-Blöcke oder was auch immer aus diesen Blöcken. Wieso verpasse ich immer den ersten? Hm? Nee. Ich meine, hier sind wirklich gute Ideen dabei. Die mir auch wirklich gefallen. Hm, 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 hm. So. Ja gut, hier hätte man das vielleicht ein bisschen... Auch schon wieder Softlock. Also, beziehungsweise auch schon wieder. Also, hier ist wirklich... Guck mal, die sind auch schon wieder verschwunden. Nun gut, Lagerhaus. Also, ich hab dir meine Sachen dazu gesagt. Von dem her... Sind gute Ideen dabei, aber für mich nicht ausreichend. Also, von dem her, hm, ne? In Ordnung, aber kein Buch, kein Toll, kein gar nichts. Ich hab's bestimmt noch irgendwann geschafft, aber... Wie ich immer sage, 15 Minuten, mehr ist nicht drin. Denn, äh, ansonsten fühlen sich einige vernachlässigt, wenn ich dann halt irgendwo mal aufgebe und sage, okay, gut, warum hast du jetzt bei meinem Level aufgegeben? Bei dem hast du auch, äh, eine Stunde gebraucht. Dann, ne? Ihr kennt das ja. In diesem Sinne sage ich danke bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trojotrein. Tschö, tschö. Tschö, tschö... Tschö, tschö... Tschö, tschö... Tschö... ...